Ich bin gestorben, weil du so inkompetent warst und den Flashbound nicht getrafft hast. Hm, 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 als wär der nicht auch so tot gekommen. Ja, ja, komm, die Situation. Oh nein, ist schon okay, ich verkraft das. Ich weiß ja, dass ich besser bin als hier. Ich verkraft's. Du hast ne scheiß AA-12 und schaffst es nicht, einen Flashbound zu killen. Schaff' mal auch nicht damit. Also mit einem Magazin. Aber einen Straight-Shop, der wird einfach erziehen. Hm, knapp, aber ja. So, drei Schubs übrig. Ich hab natürlich auch drauf an, wo ich treffe. Also beim Straight, wenn er dann ausrastet, ist es schwerer, den Kopf zu treffen. In der Zeitlupe geht das super. Dann ist er auch viel schneller down, aber... Der Flashbound ist ja sowieso, der springt ja auf dich zu. Ah, lass mich los. Lass mich ruh, lass mich ruh. Und dann da. Da kannst du ihn ja dann schön auf den Bauch schießen. Den Flashbound. Hm, auf den Bauch. Oh, ist kitzig. Na ja, ich bin immer noch dafür, dass er am Bauch seine Schwachstelle ist. Ah, ich weiß noch. Bin ich echt noch unsicher. Hm, aber ich hab die AA-12 lang gelassen. Ja, und wenn. Geld hab ich genug. Ja, und wenn. Geld hab ich genug. Weißt du, dass du vorher in der Schutzweste liegen kannst? Ja, ja. Ja, ja, ich weiß schon. Aber hab mir gedacht, wenn ich noch 60% hab, warum soll ich die aufnehmen? Ich hab einen. Ah, verdammt! Mist. Ich hab mich starben. Wer hätt's gedacht? Ja, überhaupt keiner. Wer ist er denn? jetzt aufs klo gehen hier läuft ganze doch ja immer noch ja anliegen bist du schon level 21 da sagte als er zwei ja ich mache mir heute ein paar runden also nicht wundern hier liebe zuschauer ist es halt bloß wenn ich in beiden mit noch nicht werden könnten vier folgen werden wann die anderen auch ans 4 nicht 3 ja nein hier morgen ne morgen nicht also je nachdem wir können natürlich auch jeden tag eine raushauen wenn es kittich wird dann alle immer alle zwei tage wir können das eigentlich auch machen ja das wäre aber cool jetzt nichts zu gegen ja ist wütend oder ja egal das ist einfach zu langsam für mich oh der andere auch nice die sind echt langsam alter aber so ist die rüstung du hast sie genommen oder zucker ich hasse dich du hast diese rüstung gemeint ach so egal meine sehbilliger nehmt hast du versuch schnell deine e-traft kannst du auch eine kaufen du magst er hat sie genückeln brauchst du nicht ja ja klar wo ist das schon ist ein hammer holen nicht mal ein hammer die nagelbistole fallen lassen passt noch mehr nein der passt dankeschön kommst du noch zum shop page oder äh ja warte kurz ja 13 sekunden hast du noch 13 sekunden wo ist der shop in der lobby ja jetzt war es oder ja jetzt war es wie schaut es aus hast du muni oder alles ja jetzt muss ich nur noch wissen wo du bist ja wo treffen wir uns mhm krio oder krio ja ja das war da unten oder oder lauf 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 hast vor mir in der fresse gespawnt also eigentlich hinter mir oh lauf na wo seid ihr wirst du gar nicht wissen wo wir sind mit beinah verreckt gerade bist du am leben zocker ja also mir als ball habe ich geht es echt schlecht ja weil zwei schreiellen na ah ja wir kommen gleich krio bist du noch dort ja ich glaube da lobbybereicherung im partyraum ich glaube das muss grünen naja ich gucke ich bin recht da das ist keine rüstung ach was auch gleich oh verdammt aber was auch immer das gerade war ich kann das euch gerade erklären was ich gerade gesehen habe wenn ihr dann wenn ich dann das video hochgeladen haben solltet ihr euch das mal angucken was da gerade passiert ist oh verdammt oh verdammt oh 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 ja ich hätte gerade einen flashbounce hinter mir selbst ja ja ich bin schon da bash stirbt glaube ich gerade oh nein selbst ist auch schlecht oh bash hast du überlebt ja bist du ganz unten in der lobby es war hart ah lauf oh wisst ihr was wir machen müssen was denn nächstes mal aufnehmen müssen wir auf süß sein stellen scheiße stimmt scheiße stimmt habe ich ja gar keine lust drauf ist noch eine aufzuschießen zocker ich hab dich die unsichtbaren abgeschossen ja ja ich habe nach unten gezielt die beide keine einzige kugel hat den getroffen ich weiß nicht so ganze zeit in pp für was aber mund äh ammo äh hier geld werfen take it all take it all hinder dir zocker oh danke ich glaube wir hatten gerade auf 7 geschrieben irgendwie ist das steam overlay weg komischerweise das ja egal ja egal ja machen die da hinten eigentlich zocker läuft herum und sucht Geld Nein. Muni. Muni, da ist ein Scrake. Auch für mich? Oder schafft ihr das? Haben wir das Bash? Natürlich. Da sind nämlich noch zwei. Da ist eine Granate. Hast du noch eine Granate? Ja. Nice. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Ah, okay. Ich hab dann einen Mötchen gemacht. Den fack ich. Nein, fack ich ja wirklich. Das war easy. Und jetzt noch den hier. Der letzte. Ja. Ins Gesicht. Alter Schwiererzocko, wie lange baust du noch für Level? Hm, noch ein Drittel. Na, dann geht's ja. Hm. Level ich schneller als du? Weiß nicht. Braucht jemand Geld? Ja, gib mir mehr Geld. Ich will alles Geld. Nein. Nein, jetzt nicht mehr. I need another private jet. Der andere hier wieder. Hey Zocker, weißt du wie man ganz schnell das hell los wird? Was? Was? Das war Geld. Das war Geld. Niemals. Niemals. Bin einfach nur Geld bewusst. Es ist nur... Das Geld ist wert. Bewusst. Richtig. Was? Wo ist jetzt der andere wieder? Der ist runter. Nein, der ist runter. Oder? Was? Was ist denn da passiert? Oh, da bin ich. Ich sollte nicht hier oben bleiben. Nein, komm mal runter. Ah scheiß Sonne, ich hab so'n Lichtstreifen auf meinem Bildschirm. Achso, ich dachte hier. Oh, das threw out, Greg? Ja, komm. Ja klar, du schießt ihn bitte! Granat an! Und auf mich, läuft er los! Das ist Abfahr. Oh verdammt, zwei Flashpons! Zwei Flashpons! Lauf, 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 lauf! Da ist noch Scrake, Achtung! Oh, da kommt's! Achtung, weg hier! Aber ich soll weggehen, hättest du. Wo gehen wir hin? Ja, wir treffen uns hinten, am Eck. Ah, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Geht noch. Flashpons! 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 Wir haben einen schon, Zocker. Wir haben schon einen. Wir haben dann gleich noch einen Strike. Wir sollten... Oh verdammt. Oh, das würde ich jetzt nicht tun sollen. Flashpons! Durchaus schlechte Idee. Da hinten kommen Haufen Gegner, ne? Lass uns mal weggehen. Ja, runter. Ja, runter. Dann rechts durch in der... Ja, hier bist du. Ja, ich denk schon. Da haben wir alle. Da holen sie was. Oh nice. Für Notfälle. Dein Geldbinden neben deinem Bett liegen. Notgeld. Notgeld. Notgeld, Notbrod. Ja, ich hör noch was. Was ist das? Schon wieder Cloaker gehört? War nicht witzig. Wenn ich was hasse, dann sind's Cloaker. Die verfolgen mich in deine Träume. Ja. Ich bin nie verpissig hier. Oh. 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 Oh, die Barre. Achtung. Was hat... Was hat dich gerade getroffen, Alter? Na, lauf, lauf, lauf. Na, lauf, lauf, lauf. Na, achung, strake Witten. Prost. Ah, da hat nix auf der Kette gehabt. Noch ein strak. Ich hab keine Klamaten mehr. Ich schau noch. Ich auch nicht. Dann haben wir den nahe zusammen. Oder auch. Ja, muss man da oder? ich bin doch hier ja hier sieht und der andere einen gibt meine schule ins gesicht erst so und dann so ja ach was jetzt schon immer wieder kryo ja klar sei es obwohl ich weiß gar nicht so geil ist weil ja ich habe auch zweifel daran wo sonst sagt mir sagt mir besser ja eben sagt mir das und vielleicht vor krüo hinten bei den komischen maschinen blut durchläuft nein da kann er die ganze zeit durchschießen bestimmt vielleicht hier beim beim party raum und lobby hat auch scheiße im kreis laufen ja das ist eine idee sicher ja wie ich hatte den mittleren gang wo man die ganze zeit durch kann wobei es auch wenn er irgendwo granaten schießt ja dann laufen wir an wird zwei wege da haben wir drei wege ok ja ja krieg mal hin probieren wir mal das ist alles uns Leute können wir sicher werden ich mach schon mal schaufel schon mal grabe auf bei kryo der kleine gang dort hinten ist echt scheiße wenn so andere gegner kommen ich mag den jetzt niemand mag ihn so das war es mit part 3 oder auch mit der folge nummer 7 von killing floor 2 ähm guckt auf facebook da seid ihr am schnellsten informiert und wenn ihr jetzt auf das kleine video in der endcard klickt dann kommt ihr zum vorherigen part also haut rein nie w 借ig w Mil 喜 wieder w w sch Vielen Dank.